Ah ja, das hat es gebracht, ne? Können wir hier mit den Dingern vielleicht irgendwas machen? Offenbar nicht, ähm... Ja... Ich geh mal hier nochmal rein. Was haben wir denn hier eigentlich? I. Ähm... Ja, was können wir denn hier eingehen? Äh... Äh... Da muss E rein. Wenn wir jetzt hier physikalisch denken, was hatten wir denn eigentlich gehabt? Wir wissen, dass M 682 ist. Wir wissen, dass, äh... C2 ist... 682. Und wenn wir das jetzt physikalisch berechnen, dann müssen wir hier, äh... M mal C-Quadrat nehmen. Das heißt, 482 mal 4. Kommen wir auf 2.700... 2... äh... 28... Das leuchtet grün, das wird schon richtig sein. Ähm... Ich weiß nicht, ob es vorher grün geleuchtet hat. Das ist irgendwie nicht so ganz... Klar gemacht. Ähm... Ja... Aber dann haben wir hier noch das hier, weil ihr seht hier, das leuchtet rot. Das bedeutet, jetzt müssen wir diese Fummelei hier tatsächlich machen. Äh... Das ist ja wirklich wunderbar... Da hat man so richtig Lust drauf. Ähm... Ja... 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 So... Interessant. Oh! Huh? Oh, da haben wir was verschafft. Äh... Ja, das... War jetzt mehr so... Versuchen, bis es irgendwie passt. Jetzt haben wir hier 2 von... Äh... Von 5. Ähm... Es reicht natürlich. Oh! Was soll denn da rein? Der? Der? Tick-out-Key. Wo haben wir denn das Tick-out? Ist das das hier? Oh, tatsächlich. Da haben wir eine Chance. Eine Fuse haben wir gekriegt. Hier sind doch bestimmt wieder Secrets, die ich übersehe. Oh ja, das sind tatsächlich Secrets. Ich weiß nicht, ob die Secrets für irgendwas gut sind halt. Ich nehme sie einfach mal mit, wo ich sie finde. Wir haben 14. Das ist natürlich jetzt noch nicht ideal. Äh... So, hier die Fuse rein? Ja! Das war sie tatsächlich. So, was haben wir hier? Kommt da die 1? Ja, da kommt sie. Jetzt haben wir nur noch eine Lampe, die fehlt. Ähm... Ja... Ähm... Ähm... Irgendwas fehlt noch. Die brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas, weil sonst hätten wir sie ja wohl kaum. Nehme ich jetzt an. Ich bin mir da nicht sicher. Ähm... Hier haben wir nichts. Können wir hier noch weiter? Nein. Können wir da noch was machen? Nein. Was sollen wir denn da noch tun? Ich schweiß es nicht mehr weiter. Ähm... Ja... Ja... Hier ist nichts irgendwie noch. Ähm... Ist hier noch irgendwas? Nö. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier vielleicht? Was soll ich denn noch machen? Ähm... Jetzt weiß ich schon nicht weiter. Irgendwom brauchen wir auf jeden Fall diese... Dioden, nehme ich an. Äh... Dioden, sag ich, keult, sind es. Aber wo? Da nicht. Da auch nicht. Hier auch nirgends. Aber wo dann? Das... Äh... Frage ich mich dann doch. Können wir jetzt auch diese nervige Musik mal ausstellen. Das mach ich vielleicht gerade mal. Weil die mich doch schon sehr... Die geht mir doch schon sehr auf den Senkel hier. Ne, das ist... Unfassbar. Ähm... Ja, was mach ich denn dann? Ähm... Ich will hier vielleicht noch was damit machen. Ich wüsste halt nicht, wo. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Äh... 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 Ich will da irgendwo Räume... Nein, nein. Da auch nicht. Da geht es halt wieder zurück. Aber hier... Äh... Äh... Wo soll ich denn dann hin? Also... Ich bin gerade leicht überfragt. Ne? Hier ist nichts noch irgendwo... Ernsthaft? Das sind Räume, ne? Das sehe ich jetzt erst. Das sieht doch keiner. Äh... 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 Ja... Ganz ehrlich... Wie soll man das finden? So. Wir laufen hier entlang. Lalalala... Oh. Bin ich zu weit gereist? Oder zu... Äh... Es ist verwirrend. Wie Zeit und Raum. Aber... Moment mal. Äh... Ist das nicht nur... Das Bild eines Computerbildschirms? Fortsetzung folgt. Ja, aber ob die hier... Alter! Die Mucke, ne? Das ist furchtbar. Diese Mucke, die sie da dran haben. Als ganz ehrlich... Das war jetzt doch schon etwas aufwendiger alles. Äh... Ja, ob wir das jetzt hier noch fortsetzen werden. Diese Reihe. Ich weiß es nicht genau. Äh... Was? Replay Ending können wir hier machen. Downloaden können wir das auch. Ja, jetzt haben wir noch, äh... Fünf Minuten ungefähr, äh... Die in der Folge irgendwie gefüllt werden müssen. Deswegen kann ich hier einfach mal, äh... Sagen, hier irgendwo eine große Ansprache machen. Weil ja, dass die die Weihnachts-Specials sozusagen sind. Dass das jetzt rauskommt im Dezember. Obwohl es ja eigentlich nur nachgeholte Folgen sind. Aber egal. Äh... Ja, das war jetzt erstmal jetzt online für dieses Jahr. Äh... Äh... Natürlich, weil es im aktuellen Programm gar nicht drin ist. Und deswegen... Äh... Ähm... Wisst ihr Bescheid? Wird das natürlich etwas schwierig, das fortsetzen dieses Jahr. Nächstes Jahr? Ich weiß nicht, ob ich jetzt online da weiterführen werde. Ähm... Weil, ich weiß nicht, wie voll das Programm dann im Jahr sein wird. Äh... Weil... Ja... Vielleicht wird es irgendwann einfach wieder weitergehen. Das muss ich mal schauen. Immerhin nächstes Jahr kommen ja... Äh... Terraria, äh... Wird da noch ein ganzes Stück weitergehen. Wobei, das kann ich schon mal ankündigen. Terraria wird nächstes Jahr zu Ende gehen. Äh... Die zweite Staffel. Die dritte Staffel, weiß ich nicht, wann die dann anfangen wird. Wahrscheinlich vielleicht noch nächstes Jahr. Vielleicht aber auch erst übernächstes Jahr. Das muss ich sehen. Terraria geht da jedenfalls zu Ende. Danach kommt, äh... Pixel Privateers. Bei mir auf dem Kanal haben wir tatsächlich sogar schon aufgenommen mittlerweile. Was total... Extrem ist. Ähm... Ja, aber so ist es halt. Ähm... Was haben wir noch im Programm? Äh... Nächstes Jahr, äh... Deponia. Ja, ich denke mal, ich werde es nächstes Jahr zu Ende spielen. Weil, ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Aber ich denke mal nicht, dass es irgendwie... noch 20.000 Folgen haben wird. Da es ja jetzt nicht so ein, äh... Kombi-Spiel ist, wo alle drei Deponia-Teile, die ersten drei drin sind, sondern nur ein Teil. Deswegen nehme ich an, dass wir auch zu Ende gehen irgendwann. Und, äh... Die anderen Let's Places habe ich noch, äh... Ach ja, Minecraft Gaia. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wird wahrscheinlich nächstes Jahr nur noch so eine Folge haben, weil, äh... Wir haben bis Folge 10 aufgenommen. Und, äh... Die Server gibt es nicht mehr von dem Projekt. Ja, das war ganz toll geplant, was wir da haben. Deswegen hört das dann so mittendrin quasi auf. Dann wird es wahrscheinlich das normale Minecraft-Display wieder geben. Vielleicht auch was anderes. Ich muss das mal schauen. Das ist ja jetzt nicht mehr lange hin bis dahin. Auf jeden Fall, äh... Ich wollte hier gar nicht so eine große Programmanalyse machen. Ich wollte hier eigentlich so eine kleine Weihnachtsansprache machen, ähm... Auch wenn es ja schon der zweite Weihnachtsfeiertag ist, wo das hier wahrscheinlich rauskommt. Aber... Das ist jetzt mal Wurst an der Stelle. Ähm... Wir sehen uns jedenfalls in einem der anderen Projekte. Vielleicht dann irgendwann nächstes Jahr oder irgendwann danach halt wieder bei Let's Online. Muss ich mal schauen, wie wir das alles regeln werden. Ähm... Werdet ihr dann ja auch sehen, sobald es dann soweit ist. Von daher, äh... Ja... Hab ich jetzt, glaub ich, auch mehr als genug hier sinnlos umhergelabert. Deswegen will ich an der Stelle auch mal diese Folge beenden. Äh... Von Let's Online und, äh... Sage dann bis... Wann auch immer, wann auch immer ihr dann das nächste Mal einschalten werdet. Ähm... Ja... Bis dahin auf jeden Fall würde ich hier sagen, jetzt, äh... Verabschiede ich mich auch wirklich. Und... Sikoski oder... Was auch immer, ähm... Ja... Wir sehen uns dann irgendwann wieder und... Ciao! Bye! Bye!